Ilka Bessin ist heute Abend noch bei uns. Herzlich willkommen und herzliches Willkommen auch an Gregor Gysi, der für die Linke im Bundestag sitzt. Und ich glaube, vorhat das auch nach der Wahl im September noch zu tun. Herzlich willkommen bei uns. Ilka, Sie kennen ja vieles davon ganz gut. Die Ausbildung in der DDR, dann die Arbeitslosigkeit, Hartz IV, die ganze Trostlosigkeit, die dranhängt. Hatten Sie das Gefühl, Halle Neustadt, das hätte auch Ihr Leben werden können, wenn es anders gelaufen wäre? Ich muss in erster Linie erstmal eine Lanze brechen für Halle Neustadt. Natürlich ist Halle auch eine schöne Stadt. Wir haben jetzt Seiten gesehen, die Häuser können nicht abgerissen werden oder diese Platten bauten, weil sie teilweise ein Eigentümerbesitz sind, wo man nicht eingreifen kann. Halle hat auch eine Seite, die toll ist. Es gab ja auch Dokumentationen darüber, wo Halle nicht so schön dargestellt wurde. Die Leute, die ich dort kennengelernt habe, waren sehr offen, haben mich eingeladen. Auch wenn man jetzt sieht, die alleinerziehende Mutter mit ihren sieben Kindern, alle sitzen vor dem Fernseher wahrscheinlich und denken, oh Gott, warum muss die sieben Kinder haben, kann ich sagen, weil sie sich sechsmal verliebt hat, sechsmal ist der eine Tonne gedrückt worden und dann passiert es halt auch mal, dass man mal ein Kind kriegt. Das ist so. Aber diese Familien, wo ich dort eingeladen wurde, auch der junge Mann, den wir eben gesehen haben, wo manche dann denken, der sitzt auf der Parkbank und sörft sich die. Es ist nicht so. Die sind halt, das sind ganz normale Leute. Ich habe das früher selber erlebt. Dann trinkt man zum Feierabend mal ein Bierchen und quatscht, weil es einem auch halt nicht so gut geht. Und auf der Bank ist es günstiger als in der Kneipe. In der Kneipe auf jeden Fall. Und man ist halt von zu Hause auch mal weg, von diesem immer zu Hause sein oder so. Deswegen will ich halt auch mal für Halle eine positive Lanze brechen, weil ich habe tolle Leute kennengelernt, die mich eingeladen haben und offen waren und über alles gesprochen haben. Muss man dann sagen, Herr Gysi, das, was wir da gesehen haben, ist eigentlich ganz typisch sozialer Brennpunkt oder ist es eben doch auch typisch Osten? Ist es die Folge von zusammengebrochenen Strukturen, die nicht aufgefangen werden konnten? Beides. Wir haben solche Probleme auch in den alten Bundesländern, aber natürlich verschärft in den neuen Bundesländern, weil dort ja 90, 91, 92 eine Massenarbeitslosigkeit entstanden ist, wie sie zum Glück im Westen nie erlebt wurde. Und man muss auch den Unterschied zwischen Frauen und Männern sehen. Männer definieren ihre Bedeutung eigentlich nur über ihre berufliche Tätigkeit. Frauen sind breiter, die sehen ihre Bedeutung auch breiter. Deshalb, wenn du dem Mann den Beruf und dann für immer nimmst, nimmst du eigentlich jede Bedeutung. Und dann warst du vorher noch wichtig in der DDR, plötzlich bist du unwichtig, hast falsch gelebt, dein Job ist weg. Das beeinträchtigt natürlich ungemein. Bei allem Trübsal, was wir da gesehen haben, ich habe da zwar Menschen gesehen, die können keine großen Sprünge machen, aber sie leben in trockenen, sauberen, teilweise sehr attraktiven Wohnungen, sie können eine Kinderbetreuung nutzen, ihnen wird ein Bürgerjob vom Staat angeboten, mit dem sie so ganz gut über die Runden kommen können. Muss man also sagen, bei allem Elend, was man da auch feststellen kann, letztlich ist Halle-Neustadt auch das hohe Lied auf unseren Sozialstaat, die Menschen werden aufgefangen? Nein, das finde ich nicht. Natürlich geht es ihnen viel besser als armen Menschen in Uganda oder in anderen Ländern, aber davon hast du nichts, wenn du unter solchen Verhältnissen lebst. Schon wieder die Befristung. Wir hatten mal eine Zeit, da gab es Befristungen nur mit Sachgrund. Also zum Beispiel ich als Bundestagsabgeordneter, bin ja nur für vier Jahre gewählt, kann ich eben auch nur Verträge für vier Jahre schließen. Aber wenn es keinen Sachgrund gibt, wieso muss das auf zwei Jahre befristet sein? Warum kann er nicht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bekommen? Schon wäre er sicherer. Und dann würde ich die Struktur von Hartz IV ändern. Ich würde daraus eine Grundsicherung machen. Ich würde die Sanktionen verbieten, weil wenn es das Existenzminimum ist, kann niemand das mehr unterschreiten. Wissen Sie, ich würde umgekehrt herangehen und sagen, Boni, ich führe Boni ein. Wir können das ja konkret machen. Sie sprechen von einer Mindestsicherung, die Sie gerne einführen würden. 1.050 Euro im Monat. Ja, das ist so unterschiedlich, wird diskutiert. Dann muss man aber auch einfach einen Lohn kriegen, der dann einfach höher angesetzt wird. Du kannst jetzt nicht, wenn du einen Friseur nimmst, der verdient 700 Euro im Monat, der muss irgendwas zugezahlt kriegen. Das geht natürlich nicht. Wenn du eine Grundsicherung hast, muss es einfach gewährleistet werden, dass die Leute dann, auch wenn sie in den Job gehen, den sie früher gelernt haben, mehr verdienen. Und nicht, dass sich viele dann einfach sagen, warum soll ich jetzt arbeiten gehen, wenn ich als Grundsicherung mehr verdiene. Egal, wie die Jobs bezahlt sind, die Frage stellt sich im Moment, Herr Gysi, stellt sich doch trotzdem, wenn ich einfach im Monat 1.000 Euro bekomme, wird da nicht auch das Fleck mal subventioniert, dass ich einfach weiter zu Hause hänge und gar nicht in den Händen hochheben? Ja, darf ich auch beides kurz antworten. Der Mindestlohn ist zu niedrig. Man kriegt nicht mal die Grundsicherung, wenn man 40 Jahre lang den Mindestlohn in Deutschland verdient. Das ist indiskutabel. Der müsste jetzt, hat die Bundesregierung geantwortet, bei über 11 Euro liegen, nur um die Grundsicherung als Rente zu erwerben. Nur, dass man das mal weiß. Aber Sie haben recht. Ich weiß das mit dem Abstandsgebot. Ich möchte ja auch, dass die Leute, die arbeiten gerade im Friseurhandwerk etc. besser verdienen. Aber es kommt noch was anderes hinzu. Weil Sie sagen, subventioniert man damit, ich sag's mal, nicht Faulheit etc. Das mag in einem Ausnahmefall so sein. In der Regel wollen die Leute eine Tätigkeit haben. Sie wollen nützlich sein. Es gibt immer Ausnahmen, das weiß ich. Und deshalb würde ich es ja umgekehrt machen. Ich würde Boni einführen. Die, die krank sind, kriegen den Bonus. Und diejenigen, die aktiv sind und sich engagieren, kriegen den Bonus. Und dann kann ich den, der nichts macht, aber gesund ist, der kriegt eben keinen Bonus. Wir denken immer in Form von Strafen. Ich möchte gerne in Form von Belohnungen denken. Das ist eine umgekehrte Denkweise. Was glauben Sie, Ilka, was braucht Halle-Neustadt? Wie würde sich das Leben dort spürbar verbessern? Man müsste anfangen, die Leute zu motivieren, hört sich doof an. Ich bin immer so beim Arbeitsamt, setze da einen Friseur an. Wir haben genug arbeitslose Friseur, dass die Arbeitslosen die Haare gemacht bekommen für einen Euro oder so. Dass du Motivation kriegst. Man soll nicht immer denken, dass alles asozial ist. Auch alleinerziehende Mütter, auch Arbeitslose sind nicht immer die, die asozial sind. Wir haben Menschen kennengelernt, die 25 Jahre nicht in Urlaub, weil sie ihre Küche sieben, wollen sich eine neue Küche kaufen. Man darf es nicht immer nur so negativ sehen, dass die Leute, die uns gegenüberstehen, weil sie arbeitslos sind, schlechter sind oder weil sie alleinerziehend schlechter sind. Unser Gedanke war, dass es wichtig ist, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Das haben sie heute und auch in den vergangenen Wochen nicht getan. Darf ich zu den Kindern noch einen Satz sagen? Aber nur einen, ich passe auf, Herr Gisi. Wir sind das Land in Europa, wo sich die soziale Struktur der Eltern am meisten bei der Entwicklung der Kinder widerspiegelt. Das geht nicht. Wir brauchen ein Bildungssystem, das Chancengleichheit herstellt und nicht 16 verschiedene Schulsysteme, bloß weil wir 16 Bundesländer haben. Das geht wirklich nicht mehr. Dann nehmen Sie das, diesen Applaus als Dank und Verabschiedung. Danke, Gregor Gisi, dass Sie bei uns waren. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Eka Bessin, auch für die tollen Reportagen in den vergangenen Wochen. Dankeschön. Das war ein großes Vergnügen. Danke. 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 Danke.